Jetzt waren wir mal hinter, zum Tauberfest. Es geht aber erst das Ball los. Hofpizzerei, Hofpizza. Ne, Holzofen. Pizze oder was anderes. Ne, das macht ja mit dem Roten rein. Da hinten ist die Bavaria. Die Vorbereitungen sind ... ... hier trifft man auf einen vollen Fernsehmarkt. Ach, wer schaut denn auf die Uhr? Was ist denn da?